Hallo ihr Lieben, heute sind wir bei unserer Köchin Heidi Ringelstädter im Garten, die für uns das perfekte Osterbrunch kocht. Das Gute an diesem Brunch ist, es ist alles regional, sehr, sehr gut vorzubereiten mit dieser weiße Oberste. Da eingelegte Bärlauch, Ziegenkäse, Eiersalat, Waldorf, Roastbiefröllchen, pochierte Eier auf Schinken und Lachsforellenkisch. Natürlich haben wir das Ganze wieder für euch liebevoll und mit sehr, sehr viel Mühe vorbereitet und inszeniert. Die leben den Schatten. Das alles und noch viel mehr findet ihr in der neuen Landidee ab jetzt am Kiosk. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.